Hier wird wohl der Tunnel drunter sein, tippe ich mal ganz stark. Und hier kann auch irgendwas sein. Oh, da kommt mir was entgegen, was das nicht schön ist. Nämlich Wasser. Ha, Wasser und Duschen, nein. Okay, rettet euch schnell, springt ins Wasser, schwimmt wie die Wale und macht was er wollt. So. Was ist denn jetzt hier unten drunter gewesen? Grobe ist hier. Aha. Aha. Das ist da. Warum nicht? Müssen nämlich die da einsetzen. So, du gehst jetzt hoffentlich in die richtige Richtung. Ja. Und hier machen wir das jetzt ganz einfach. So. Das. Das ist schon ganz oben, ne. Das ist noch nicht ganz oben. Und hier machen wir... Achso, die müssen ja weggemacht werden. Richtig. Nicht die davor, sondern nur die. Das, 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 das ist okay. Und dann, 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 dann können wir das eben schnell machen. Kiste jeweils dran hier. Dann sagen wir hier, bei dir... Items Inventory pumpen. Richtig. Richtig, richtig, richtig. Items Inventory, genau. Das gleiche Geld für dich. Items Inventory pumpen. Jetzt nehmen wir hier wieder die hier. Machen dahinter zu. Führen denn einer unten. Und meinen Rest ist ja auch so komplett zu. Dann brauche ich nämlich nicht bis da vorne hingehen. Und hab's ja dann direkt hier. Oh, zu weit. Das sehe ich natürlich nicht ein. Jetzt müsste es eigentlich passen. Eigentlich schon. Wenn sich's anderes passiert... ...passt das eigentlich so. Ach, jo. Wieder zurück. Hier, da müssen erst mal noch ein paar Zäune hin. Bist du wieder zurück? Rein da. Ihr seid ja noch nicht ausgewachsen. Ah, jetzt haben wir ein schönes Farbenspektakel hier drinne. Das ist hammergeil. Wie weit sieht's denn hier aus mit den... Da macht er auf jeden Fall weiter. Da wird er noch... Hat er da noch Strom? Ja. Strom hat er. Ist auch voll. Da können wir auch sogar so einen zweiten schon betreiben, richtig? Drei, 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 vier, fünf... Irgendwie ein paar reintun. Kommt er damit aus? Ich glaub mal schon. Doch. Sieht aus, ob die ganz locker flockig damit durchlaufen. Ich weiß nicht, ob eins reicht. Wenn ich hier halt schnell laufen will... Laufen lasse, wird das schon klappen. Ähm. Das haben wir jetzt. Das haben wir. Das haben wir. Ah, jetzt können wir eigentlich fast mit dem Strom weiter beginnen. Dass wir halt unsere Stromabteilung weiterfummeln. Aber erst mal das ganze Inventar lehren. Soll ja nicht so enden wie immer. Inventar voll und ich weiß nicht, wohin damit. Kann hier ins... Da rein, da rein, da rein. Wie viel Scrap hast du denn? Ah, jetzt können wir auch nochmal, dass es automatisch sofort Scrapboxen macht. Ne. Das kommt hier rein. Machen wir das mal. Mach mir doch mal... paar... Holzzahnräder. Danke. Dann brauchen wir eine Workbench. Mit der Workbench. Machen wir jetzt Zahnräder. Wo haben wir sie? Da 64 Stück. Eine automatische. Weg damit. Und nun haben wir da noch was von. Ein Import, ein Export. Ein paar ME-Kabel, die abgedeckt werden müssen. Jetzt brauchen wir noch exakte, ne? Das sind nämlich nur Im- und Export-Normal. Wobei das gar nicht so schlimm ist, oder? Warte mal, da exportiert was aus dem System. Und zwar nur eine Sache, ne? Ja. Da hat das vollkommen. Wenn wir den jetzt hier hinten irgendwo hinpacken. Wo es keinen juckt. An irgendwelchen Stellen hier sofort. Dann kann der doch laufen. Ich könnte es doch sogar auf dem Dach packen. Hätte ich ja noch weniger Probleme mit. Da bin ich ja auch schmerzfrei drin, das auf dem Dach zu packen. Weil ich sehe es nicht. Und wenn das jetzt in so einer Lücke ist. Das ist ja auch kein Problem. Das ME-System sitzt hier. Und wenn wir dann sagen, hier. Dit. Da rein. Das da rein. Warum nicht? Hoffentlich packt er jetzt nicht alles rein. Nein. Dann brauche ich auch keine Kabel verschwenden. Weil das ist dann ja Kabelverschwendung. Und das ist ja auch teuer genug. Weil da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen suchen. Da müssen wir irgendwo eine Query hinstellen. Ein paar Turtles noch laufen lassen. Mal gucken. Das kann weg. Äh. Skrubboxen. Wo haben wir sie denn? Dann brauche ich die auch nicht Köften. Ja, jetzt kann ich die Köften hier, ne? Ah, nee. Hier ist es zum Beispiel gar nicht. Oder? Sehe ich sie gar nicht. Ich gucke mal hier gerade im System. Direkt. Nee. Ja, durch den alten, durch das alte Backup ist natürlich, äh, viel weggegangen. Und es ist dunkel gleich. Es ist affengeil. Es ist sozusagen auch so eine Warnung vor Monstern. Die kommen gleich. Da geht immer ein bisschen Schrott. Ich habe halt sozusagen Fliegen, äh, ein paar Fliegen damit geklatscht. Also drei auf einen Streich. Ich habe den Nachtspeicher, der dadurch signalisiert wird, umgeschaltet. Ähm. Ich kann sagen, ähm, ja, ich kann sagen, mach doch mal fertig, wie du lustig bist. Mach dir jetzt, ah, er füllt auf. Warum nicht einfacher, sowas zu craften? Ist doch eigentlich vollkommen einfach. Dann hätten wir das Problem nicht so gelöst. Jetzt kann er unendlich Scrapboxen machen. Ich kann die dann halt später, äh, irgendwo reinpumpen und hab's dann, hab den Müll dann ja hier. Ja, genau. Jetzt macht er mir dadurch. Ja, und es dauert ein gutes Tauorten-Moment. Aber lass sie mal dauerhaft laufen, dann ist das schon kein Problem. Der läuft ja auch hier nur schmäghaft hier, nur ein bisschen. Das wird ja auch noch alles umgeschlossen. Das heißt, wird ja auch alles mit dem System noch gemacht. Dann könnten wir noch einen zweiten umhinsetzen. Bin ich gerade am überlegen. Oh, falsche Abteilung. Können wir da noch machen. Ich hab da ja noch welche von. Beziehungsweise, ich hab ja noch mal so ein Ding. Machen wir doch gleich zwei raus. Oh, noch eine Workbench. Dankeschön. Zahnräder. Holzzahnräder. Sehst du bestimmt wieder nicht. Die brauche ich. Holzzahnräder. Ja, da, 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 da. Oh, zu viele brauche ich gar nicht. Ich brauche nur hier welche. Weil die sind natürlich schrecklicher, die automatischen Workbenches. Die alten gehen auf jeden Fall besser. Weil die haben jetzt ja viel schneller gekürzt. Jetzt ist ja ein Prozess dazwischen. Das heißt, dass Tukat und Tukat ganz langsam sind. Man kann sie leider nicht upgraden. Deswegen mache ich da lieber ein zweites von. So, hier oben hin. Ist hier noch System? Ah, hier ist noch System. Geil. So. Machen wir noch eine zweite hin. Sagen dem auch. Komm hier. Könntest du mir das? Wollte, ich hab hier gerade mal zu viele. Können wir gerade gucken, wie viel wir hier überall reinstecken können. Äh, fünf, sechs. Und einen bräuchte ich vielleicht noch da. Hier ist jetzt der Export. Da kommt Export. Da kommt der Import. Ich tue aus dem System das Exportieren. Hinter die jetzt alle rausnehme. Ah, kann ich gar nicht draufklicken. Alles klar. Passt so. Wird schon stimmen. Da macht er voll. Hier macht er voll. Lass rein. Lass ihn mir laufen. Wird schon nichts passieren. Ausschmeißen kann er seh nicht. Dann wird er sie ja da drin lassen. Und so hab ich nämlich schön automatisch, ganz in Ruhe. Und muss dafür nichts tun. Scrap boxen. Das gleiche macht er ja da hinten auch. Am Atomkraftwerk. Da können wir mal vorbeischauen, wie es da läuft. Vielleicht ist es dann auch ein Problem wieder mit der Uhr. Warum nicht? Müssen wir eigentlich mal gucken.